Ich helfe mir besser mit. Wo ist denn da noch einer? Ach da. Da war noch einer. Was macht Lena denn da? Ich stand so komisch mit ihrem Stab rum. Aufpassen, dass da nicht gleich wieder von hinten eine ganze Armee angerollt kommt. Einfach mal den Vorteil, dass sie Heiler haben im Gegensatz zu den Orks. Die Türme sind weg. Damit wird hier schon wieder Platz. Ach, ich kann hier gar nicht richtig durchlaufen, sehe ich gerade. Das ist ja durch Steine blockiert. Das ist dumm. Das ist dumm. Okay, ich sage mal, kriege ich das Add-on heute doch nicht durch. Obwohl, was sagt denn die Uhr? Naja. Moment, nee, ich habe ja um Dings angefangen aufzunehmen. Ich brauchte eine Hörereite. Oi, 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 oi. Bleibt ihr mal stehen? Ihr bleibt stehen, habe ich gesagt. Stehen geblieben wird? gut jetzt dürft ihr habe ich da welche aus der armee gelockt ich bin mir nicht so sicher die sinistren stehen auf jeden fall alle noch dumm rum ok die im stufe 22 das heißt die sind schon mal aus der armee weil die anderen haben ja irgendwie so niedrigeren level wo mich hier ständig belästigen sexuell das sind die da hier schon mal wenigstens ein bisschen was weg bekomme und jetzt muss ich glaube ich neue einheiten bauen also eine neue einheit aufpassen dass ich mich hier nicht so viel anlegt und ich kann irgendwie nicht anklicken also ok wir ziehen uns zurück 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 neue aufstellung hier hinten nehmen dann nicht gegen das mikrofon stoßen auch nicht gegen den ständer hallo ob es hackt soll der scheiße immer hier nein sie müssen natürlich rein rennen weil warum denn auch nicht ok töten über den negromanten hier gehen wir auf den sack mit seinen dem gehe ich mit meinem turm auf den sack verdammt ich habe eine heilerin verloren das habe ich noch verloren mit ruiden wo ich habe 3500 länder ich kann es mir leisten aber muss ja nicht sein okay wir ziehen es endgültig zurück die hälfte der armee steht doch da unten kein wunder dass ich die hier verliere wo ich gehe vielleicht auch mal besser ein bisschen weg kommt da gleich immer so viel einheiten rennen dann halt einfach spur rein und schluss jetzt lena muss es natürlich wieder wissen aber ich glaube ein paar habe ich getötet ja es sind auch ein paar noch verwundet imperialer meister der nacht irgendwie wichtig sie dann schaden ja die rausgedrückt haben schon ekelhaft so ich brauche noch ein feuer elementar das fehlt mir dann noch wächterin ne wache wächterin ist hier hinten irgendwo ne wandert hüterin hüterin ich wünschte ich hätte davon welche die würden mehr aushalten die machen es eigentlich einfach da rein zu kommen vor allem weil meine armee sich ja nicht zu verbinden zusammenschließen dürfen sagen wir können damit auch nicht aufhören oder ganz ganz toll macht ihr das mächtiges reisschwert wenn die chineser dass ich reisschwerter will oder was ja lena das machst du ganz toll so gar nicht aber egal irgendwie gehen da draußen vor die vögel ab und die zeit ich weiß auch nicht warum noch ein turm vielleicht bringt es ja was ja das machen die schon sag mal wenn ihr mal aufhören damit okay noch weiter hinten hin mitte damit endlich mal aufhört mehr als zu zweit wurde nicht angreifen oder wird wo er bleibt gestehen sehr schön frage ist wird er ersetzt oder gehört ihr dazu er geht wieder weiter wir arbeiten immer noch nur zu zweit an dem turm sehr gut ihr seid genauso dämlich wie die elfen wisst ihr das schon wieder ein verloren ich habe okay ich habe wenig eisen angesammelt das ist gut nichts übrig bleibt ich musste jetzt langsam mal rein ich habe euch auch lieb ach komm schon ich hasse euch das tut nicht wahr okay ganz ruhig es gibt keinen grund laut zu schreien sondern gleich mehrere gründe aber nicht einen grund so sei es zur stelle ne der reicht definitiv nicht ich könnte unten türme hinbauen so hier ist erstmal nicht mehr viel das heißt wir speichern jetzt doch mal weil man kann nie oft genug speichern und jetzt sammelt euch mal neu hier ganz neu dann gehe ich wieder weg das frisst nämlich performance diese ganzen einheiten da ist die engine nicht so nett zu einem so die kriege ich tot auf jeden fall dann muss ich mal gucken mein feuer element da habe ich das nützt voll überhaupt nichts aber ich hab's halt was sind da oben noch ach so portal nach schaldun so macht dieser sturm irgendwann ach komm überall diese imperialen ottos das ist bloß um so eine kack elfe zu befreuen kann ich lieber den drachen töten das wäre doch viel einfacher echt mal hier das problem ist ich kann gerade nicht weil dann heilerin fehlt das ist doch scheiße geh mal weg da du baum okay dann muss ich drei jetzt darüber schieben und dann zwei hier sammeln lassen so sammelt euch ich schiebe euch besser noch ein wenig weiter hinter gut jetzt warten wir noch bis die volle heilleistung wieder da ist es fehlt immerhin eine heilerin und eine droidin wer heilt überhaupt besser heilerin oder droidin das ist nicht sonderlich nützlich kommt schon wieder die nächste welle das ist die perfekte welle ne die art von welle mag ich nicht so und die welle mit wasser mag ich auch nicht ich bin ein gamer ich mag wasser nicht lustigerweise die wo noch nicht gearbeitet ist lebt immer noch ist der wahnsinn wo ist denn hier der oh ist gar keine dingsbums sind dabei meister der umnachtung halt mal hin das bin ich ich krieg auf jeden fall noch ein level ab da bin ich mir ziemlich sicher warum laufe ich schon wieder so weiter hin ich will das gar nicht so genau wissen glaube ich sichern so da kommt schon wieder so ein otto töte den bitte mal ich will nicht mein mana dafür verschwenden das ist zu wertvoll ohne sonnenmünze hey toll genau was der arzt verschieben hat nach 200 stunden spielzeit was ich treffe den sogar mal oh oh geh weg geh weg ja lena fang den schaden auf die 200.000 schadenspunkte die die machen müsste das ding mir nicht auch irgendwie folgen ja wollt ihr stress ihr wollt stress ja was nein bleibt hier gefälligst da ihr wollt stress jetzt nicht hier abhauen legst mir doch am Arsch ich sehe jetzt natürlich nicht wo was was ist sinistrens ich will diese sinistrens weg haben die machen mir einfach zu viele schaden zu viel viel zu viel schaden mit denen im rücken kannst du nicht angreifen das geht nicht richtig das kannst du auch nicht wegheilen weil die instant irgendwie killen das geht einfach nicht was nicht geht das geht nicht ne so jetzt habe ich die sinistrens alle getötet ein bisschen nisteln da ist noch einer du musst auch noch weg kleiner kann man leider nichts tun so habe ich sie jetzt alle getötet ich habe noch ottos das assassinen ottos sieht aus als alle tot wären gut ich brauche bei der gelegenheit auch gleich eine neue wache die dinger sterben ja weg mir nichts aber zu glück lehrt einen das spiel das leben zu achten na toll jetzt habe ich auf den fast schon toten den mega zauber geworfen sehr sehr motiv ich erkenne die überhaupt nicht darunter aber egal einer lebt sogar noch verdammt oh jetzt kommt er jetzt kommt er hier kommt auf mein stück vor so ist dieser typ da ist er den müssen wir wegnehmen den müssen wir gleich entsorgen der wird jetzt entsorgt und tschüss so dann sind wir ja praktisch durch jetzt buddha sinistrens wechseln gibt es aber keine großen probleme mehr auch wenn es langsam die heilerinnen an ihre grenzen kommen aber erstaunlich gut haben sie durchgehalten muss man ihn lassen ich könnte jetzt natürlich noch bis zum geht nicht mehr weiterspielen und sonnenmünzen farmen aber wenn ich mal sehe wie wenig da jetzt schon getroppt sind also ehrlich gesagt naja ich meine ich habe eine bekommen und diese gigantische menge an gegnern ja ich bräuchte davon noch ganz viele mehr mehr als wahrscheinlich überhaupt bekommen dann fehlen mir immer noch hier sternenmünzen oh oh ich fürchte gleich wird bei 11 mal mehr in ihre grenzen gelangen na noch haben sie mana noch ist alles gut ach was ich muss nur aufpassen dass die da nicht gleich noch viel mehr locken das sind so wieder sinistrens das sind so wieder sinistrens oh Gott lauft lauft da sind viel zu viele wobei ich nehmt hier neue Aufstellung und lasst mich mal nach hinten laufen so sind hier die sinistrens sind natürlich keine dabei ist natürlich eine sehr gute Sache hier direkt an den Türmen zu kämpfen die mir natürlich voll das Leben einfacher machen ok die haben alle nur so Low Level da will ich meine super Angriffe nicht drauf verschwenden ehrlich gesagt ich brauche mal Verstärkung dieser eine wird es bestimmt rausreißen was brauche ich noch zwei Wachen und 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 eine Eismagierin und eine Druidin oh oh ich sollte mich vielleicht doch lieber zurückziehen die Türme stehen auch noch das ist das Problem ne zurück zurück einfach nur weg noch wow 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 ich habe hier glaube ich wow 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 das ist viel zu viel viel zu viel ich bin in Sicherheit ich bin in Sicherheit gut zurückziehen weiter zurückziehen lauft lauf Schlampe lauf wow die hören gar nicht auf mich zu verfolgen was ist das für Unsinn lauft hau ab jetzt langsam aber sicher sollten sie doch mal abhauen oder ok dann eben genau hier gruppieren und ich brauche neue Heilerinnen wie es aussieht sehr gut ich brauche ganz viele neue Heilerinnen ich muss aber diesen Negromanten töten das soll den erheblich schwächen und ich muss meine Verteiligungswand hier wieder zumachen wenn die herauskommen wird es unlustig das kann ich nicht zulassen habe ich da überhaupt welche getötet oder sind das alles nur so Typisch die an mir vorbei gelaufen wären also zu mir raus wollen Gott aber dafür habe ich gleich mein Level ab alter langsam reicht es komm schon tötet ihn mal danke und jetzt zieht euch zurück wow eine riese Menge Einheiten verloren die Türme stehen immer noch und alles was ich bekam war dieser tolle Hammer ich muss jetzt mal gucken was ich so alles gebaut habe so also ich brauche auf jeden Fall die lebt immer noch verstehst du 2 Druiden 3 brauche ich 7 also die kann ich grad nicht bauen Bomben auf 4 davon hau dir ab endlich mal ich will noch gar nicht mehr von euch und ich will ein neues Feuerelementar gut wir haben schon mal da drinnen aufgeräumt erstmal so ein bisschen ach Gott oh Gott ich habe aufgeräumt ja ich sehe richtig wie ich aufgeräumt habe hey hey ich kann die Elfe schon sehen Zenwin und den brennenden Onix Schrein warum auch immer der brennt ich wüsste echt gern warum der brennt warum brennt der das muss doch einen Grund haben naja vermutlich weil ich angezündet wurde so gut 7 Heilerinnen 7 oh Gott oh Gott warum macht die Feuer nichts ich kann die doch mit Feuer auch schädigen oder ja hallo greift die mal an ich will euch ja nicht hetzen so aber es wäre schon schön wenn ihr mal angreifen würdet so ein bisschen ne gut die haben zum Glück nur 017 mit dem was sie angreifen so 2 davon noch mindestens ich glaube jetzt brauche ich nochmal 10 davon hm können hinkommen Aura der Drake halt was auch immer die macht das wird leider nicht erklärt finde ich ein bisschen unglücklich hier stehen halt immer noch diese Türme die hätte ich gerne weg gehabt weil die machen halt auch Schaden aber die bewegen sich nicht das heißt man kann sie nicht irgendwie rauslocken ich glaube ich stelle hier einfach mal eine Orcs hin und lasse die Orcs ja platt machen und dann mache ich mit meinen Elfen hinten schon mal die Türme platt ach diese ganzen Ottos hier diese Imperialen und diese Titanen machen echt viel zu wenig Schaden ich habe übrigens 15.000 Fleisch kann ich nicht irgendwie gegen irgendwas tauschen wenn ja zum Beispiel da habe ich Holz fast 30.000 Mann wie wäre es denn wenn wir einfach mal das so machen würden mhm ich habe das überhaupt mit den Münzen gedacht die droppen doch keine wenn da jetzt steht geht die Farmen ja toll droppen die an der Stadt mehr ich weiß gar nicht ich habe die Stadt viel zu früh platt gemacht so gut ja das müsste jetzt alles noch wachen sein